Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder destilliert und diesmal haben wir es, auch wenn es so aussieht, nicht mit Kräutern zu tun. Es dreht sich heute alles um Zitronengras. Ich benutze es heute in getrockneter Form. Es wird auch sehr fein zerkleinert. Es sieht wirklich aus wie fein geriebelte Kräuter oder sehr fein gehackter Tee. Wie wir ja vom letzten Mal wissen, ist die Größe des Pflanzenmaterials entscheidend. Das heißt, je kleiner es ist, desto mehr Ausbeute können wir erwarten. Deswegen ist es in dieser Hinsicht auch gut, dass wir es mit sehr klein zerkleinertem Material zu tun haben. Ich erwarte mir hier eine entsprechende Ölausbeute und eine halbwegs sichtbare Schicht. Wir haben hier knapp über 200 Gramm Pflanzmaterial. Ich werde sehen, wie viel dann letztendlich in der Kolonne untergebracht wird. Bezüglich der Ausbeute haben wir eine Spannweite von 0,4 bis 3%. Das ist ein sehr großer Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich setze meine Erwartungshaltung jetzt einmal irgendwo mittendrin bei 1,5%. Das heißt, wir müssten bei 200 Gramm Pflanzmaterial schon eine recht gut sichtbare Schicht im Ölabscheider auffinden können. Ich starte jetzt einmal mit der Destillation und während sie läuft, gibt es für euch wie üblich ein paar Detailaufnahmen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wie üblich etwa 250 Milliliter an Hydrolat und die entsprechende Menge an ätherischem Öl. Im Ölabscheider ist die Schicht klar und deutlich zu erkennen. Auch diesmal gab es wieder Verunreinigungen, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht mehr benutzen wollte. Es hat sich wieder staubförmiges Pflanzmaterial mit ins Öl gemischt, war aber nicht sehr verwunderlich, da das Pflanzmaterial schon beim Einfüllen etwas gestaubt hat, weil es einfach sehr klein zerkleinert war. Ich hole das Ganze noch schnell etwas näher ran. Die Ölschicht ist, wie bereits erwähnt, deutlich erkennbar. Ich bin mit der Ausbeute allerdings alles andere als zufrieden. Wir bewegen uns hier eher bei den 0,4 als bei den 3%. Es ist wirklich eine sehr dünne Ölschicht, gemessen am benutzten Pflanzmaterial nicht wirklich viel. Ich schätze mal, dass wir hier maximal einen Milliliter zusammenbekommen. Bei über 200 Gramm Pflanzmaterial ist das eben eher 0,4%. Ich hatte mir mehr erwartet. Es kann sein, dass getrocknetes Zitronengras einfach eine schlechtere Ausbeute hat, als wenn man das Pflanzmaterial zum Beispiel frisch destillieren würde. Vom Geruch her bin ich auch überrascht. Es riecht durchaus interessant, allerdings bei weitem nicht so zitronig, wie ich es für Zitronengras in Erinnerung hatte. Es hat irgendwie eine Zitrusfruchtnote, aber auch eine etwas süßliche Komponente. Schwer zu beschreiben. Ich kann mit dem Geruch an sich wenig anfangen, weil ich so etwas in der Art, in dieser Kombination vorher noch nie gerochen hatte. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn er es einmal selbst ausprobiert, denn wie gesagt, der Geruch unterscheidet sich schon deutlich vom Geruch von frischem Zitronengras. Zur Anwendung dieses ätherischen Öls, naja, als Raumduft und ähnliches würde ich es nicht benutzen, da der Geruch, wie gerade erwähnt, doch etwas gewöhnungsbedürftig und eigen ist. In der Küche lässt es sich sicher benutzen, wobei auch hier der zitronige Charakter leider verloren geht und es eher ins süßliche geht. Ich werde mich noch ein bisschen schlau machen, etwas nachlesen, wofür ich dieses ätherische Öl und das Hydrolat dann letztendlich wirklich benutzen kann. Das ist das erste ätherische Öl, das ich destilliert habe, wo mir auf Anhieb jetzt kein sinnvoller Nutzungszweck einfällt. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und konntet auch etwas mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.